Das fängt ja schon gut an hier. Hallo! Uff! Eiche! Sag mal! Rettungsgasse! Oh! Gott's will, bist du wahnsinnig! Nein! Habe ich jetzt schon wieder einen Unfall verursacht? Och Mensch, eh! Ah! Ihr wollt mich doch verscheitern! Es gibt nichts zu sehen, es ist nichts passiert. Uiuiuiuiui! Oh! Hallo und willkommen zurück mit Officer Flausch... Flauschi! Ihr wolltet mehr davon, ihr kriegt mehr davon. Mal sehen, was uns heute erwartet bei unserer heutigen Schicht. Vielleicht finde ich diesmal ein paar mehr Umweltsünder und so. Neue Schicht verfügbar, ein neuer Tag im Büro, wirf einen Blick auf verfügbare Schichten. Du kannst jede Woche... Ja! Das ist immer noch für mich... Moment! Hier waren wir ja vorher, vielleicht gehen wir einfach mal woanders hin. Schichtinfos, Fahrzeugstreife, Tageszeit morgen... Warte mal... Was haben wir noch? Abend. Ja, aber... Mal ein bisschen kürzer. Was? Moment, ich hab mal meinem PC etwas, äh, etwas, 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 ähm, aufgeräumt, beziehungsweise... Beziehungsweise... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich muss das jetzt nicht zulassen. Sekunde. Ha. So. Da wurde einfach mal alles blockiert. So. Schreibtisch, Schreibtisch verlassen. Ich habe nicht F gedrückt, ich bin einfach nur so aufgestimmt. Und ist meine Sicht noch so, wie sie mal war? Ich hoffe, ihr hört im Hintergrund nicht die Waschmaschine. Ich bin heute nämlich echt motiviert. Radapistole. Die Radapistole hilft dir, Temposünder zu identifizieren, wenn du zu Fuß auf Streife gehst. Die meisten Einwohner von Brighton halten sich an die Verkehrsregeln. Aber es gibt auch einige, die schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit fahren. Als guter Polizist erkennst du Geschwindigkeitsübertretungen wahrscheinlich schon ohne die Radapistole. Aber du brauchst das Bild, um die Raser zu überführen. Halte Tab, habe ich jetzt gelernt, gedrückt, um das Ausrüstungsrad zu öffnen und wähle die Radapistole aus. Sobald du sie ausgerüstet hast, kannst du mit Linksklick zielen und mit rechts ein Foto machen, um den Vorfall zu melden. F oder zum Verwerfen, K. F oder G, okay. Es gab in letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. Na, Sihi. Ich wollte sagen, ich bin heute sehr motiviert. Es ist Feiertag gerade, wo ich es aufnehme. Und ich bin seit 7 wach. Das fängt ja schon gut an hier. Nichts zu sehen und ich fahre Hydranten um. Auf jeden Fall wasche ich schon Wäsche. Ja, oh, oh. Ich bin irgendwie nah dran. Ja, Ausrüstung. Ausrüstung. Moment. Moment. Ich habe auch schon Frühstück gemacht. Ausrüstung. Oh. Seitdem. Nee, nicht kurz zu wechseln. Ich steig mal aus. Bitte werde mich überfallen. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ich bin dann. Kommt die vorbei? Hallo. Ah. Nee, das ist falsch. Da. Kann ich das aus dem Auto hier raus machen? Oder muss ich dafür... Das war Zöcker, dann abgelaufenes Kennzeichen. Hinterher! Wir brauchen Unterstützung. Nee, ich kann grad nicht. Ich kann grad nicht. Hallo. Oh. Eiche. Äh. Ihr Kennzeichen das abgenommen. Äh. Äh. Hier ist ein Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schickt bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen antreffen. Wo bist du denn jetzt hier? Wo wollen wir uns unterhalten? Im nächsten Café, oder was? Ihren Ausweis, bitte. Hier. Hat sie getrunken? Der Ausweis ist auch abgelaufen. Um Gottes willen. Der Personalausweis dieser Zivilperson ist abgelaufen. Du kannst einen Strafzettel ausstellen oder sie mit einer mündlichen Wach... Nein, ich bin ja hinten draufgefahren. Ich brauch jetzt Geld. Äh. Du bist mir dann verdächtig? Erlauben Sie mir, sie nach illegalen Gegenständen abzutasten. Keine Gegenstände. Ähm. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Falls begraben. Begraben schon von unten bis unten. Irgendwas hat sie doch. Bestimmt Alkohol hat sie dabei. Sie hat nur Schlüssel dabei. Ähm. Mh. So. Also. Dein Ausweis ist abgelaufen. Ich werde Sie mit einem Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Mitführen zu eines abgelaufenen Ausweises belegen. Warum ist das so teuer? Klingt wirklich müdend. Ja. Du hast dein Kennzeichen. Wo ist denn das mit dem Kennzeichen? Hm. Wo finde ich denn das? Das ist immer so kompliziert, das nicht? Ja. Dann. Ja. Eigentlich ja nicht. Aber. Hm. Ja. Okay. Tempo mal. Oh. Oh. Nein. Obacht. Schnell. Schnell. Oh. Ich bin das Gesetz. Ich spiele keine 10 Minuten und mein Wagen qualmt. Ja. Ich bin froh, dass ich im Wagenleben ein bisschen besser fahre. Ich kann gut parken. Ich bin zwar schief, aber ich komme da rein. Guck mal, da ist ein neuer Wagen. Wie komme ich denn da rein? Wer? Ja. 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 Ich kann jetzt nicht. Ich muss mich um ein gutes, fahrtüchtiges Fahrzeug kümmern. Ja. Und so. Zack. Ja. Seht ihr? Ich kann parken. Ich hatte früher mal ein Audi, der war größer als mein jetziges Auto. Mein jetziges Auto ist ein bisschen größer als der hier. Und mit dem großen Audi A4 konnte ich superperfekt gerade einparken. Warum auch immer. Und mit dem jetzigen. Scheiße. Oh Gott. Mit dem jetzigen. Ich stehe mal so ein bisschen schräg. Also ich bin ganz schnell in der Lücke drin, aber ich stehe schief. Oh, guck mal, mein Auto ist wieder heil. Oh Gott. Geh, geh, will ich nicht überfahren. Oh, geh. So, Geschwindigkeit zu nah. Uh, außer, ich... Nee, mir. Weißt du jetzt so schnell? Nein. Habe ich eigentlich eine Map oder sowas? Nee. Also, nicht... Ah, direkt. Oh, nein. Das war... Also, das ist... Polizei... Polizeicomputer M? Ah, ah. Okay, ein bisschen mehr Geduld. Oh. Was ist denn das? Wie komme ich hier wieder raus? Oh. Muss ich da hin? Oh. Oh. Echt? Die machen mir Platz? Das ist ja... Spektakulär. Achtung, Achtung. Achtung, 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 Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Einsatz, Einsatz. Ich weiß nicht, wohin, aber... Ich fahr da einfach mal hin. Wie immer habe ich das Spiel nicht so geblügt. Hä? Oder ist das mein Auto? Hä? Ich entferne mich. Hin zur Hölle. Ich mache hier alle Kürre. Oh. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich muss hier durch, bitte. Lass mich. Polizei. Ich bin durch. Ja. Interessiert mich nicht. Ich brauche hier... Ich muss hier wissen, wo das ist. Hä? Bin ich jetzt echt doof? Das ist die Polizeiwache. Das ist ein Auto. Okay. Wir parken mal ganz recht nicht. So. Alles gut. Gefahr vorbei. Gefahr vorbei. Okay. Kann ich da überall hinfahren? Nee. Hier ist noch gesperrt. Ich... Ich bleib jetzt einfach mal hier. So. Dich verfolge ich jetzt. Das Fahrzeug hat eine rote Ampelwaffe. Wollt sie stehen? Hallo? Oh. Nein. Tut sie nicht. Kannst du bitte? Ah. Oh. Jetzt gibt's ja... Äh. 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 Ne, Moment. Hä? Hintergrundprüfung Dokumente. Fahren. Fahren. Du hast eine rote Ampelwaffe. Ich habe sie angehalten, weil sie über eine rote Ampel gefahren sind. Ich wollte ja bremsen, habe aber das Gaspedal erwischt. Dann solltest du nicht mehr fahren. Gebt mir einfach waschein. Mal den Fahrzeugschein zeigen. Okay, Officer. Bitteschön. So. Ablaufdatum ist noch okay. Geburtsdatum 93. Ich werde jetzt nicht rechnen, wie er sie dann ist. Waffenschein nein. Die Katja. Erstmal kriegst du jetzt hier einen Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Die Stadt braucht Geld. Das kostet 120 bis 250 Dollar. Uiuiui. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Obwohl, ja, eigentlich ist er jetzt... Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Der ist so schnell, oder? Steigt ein, ich muss los! Da! Hm... Na? Das Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Nee, warte mal, der da hinten. Achtung, kürzer im Einsatz. Sag mal, Rettungsgasse. Man, 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 wisst ihr, wie wichtig eine Rettungsgasse ist? Hallo? Warte. Oh, Leute, ich muss da hin, da her. Nein, geh nicht. Wo ist denn der jetzt hin? Na toll. Nur wegen dir. Seht ihr? Wenn er eine Rettungsgasse gebildet hätte und nicht einfach querfeldein mit Panik. Also, wenn es irgendwo Tatütatat macht, ja, ich weiß, ich krieg dann auch immer zu viel, aber nicht hektisch werden. Einfach ruhig an die Seite fahren. Und wenn Gefahr vorbei, dann vernünftig wieder in den Straßenverkehr einfädeln. Was ist denn jetzt hier mit dir? Oh, was ist denn hier los? So qualmt denn der da vorne so? Achtung, 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 ich muss an der Öke durch. Wieso qualmt der so? Qualm in Auspuff, ich dachte, der wäre krass. Dieses Auto hat einen Qualm in Auspuff. Du kannst die Winkerkelle benutzen, wenn du sie dabei hast, weiß ich nicht. Während Fahrzeugstreifen kannst du alternativ hinterher das Auto fahren und mittels Signalton zum Anhalten gehen. Das hatte ich ja vor. Jetzt meldet sich mein Lüfter, das ist doch nicht wahr. Einen Moment bitte. So. Ich hoffe, jetzt geht das hier. Hältst du an? Ich glaube, du bist angehalten. Entschuldigung. Fahrzeug. Ich muss sie festhalten, da ihr Auspuff raucht. Ist das wirklich so schlimm? Kommen Sie, ich fahre demnächst mit dem Wagen in die Werkstatt. Ich habe übrigens die Qualität runterstellen müssen und hier ins Plakat sein Gesicht. Wie kann das denn sein, dass der wegen dieser Popelgrafik hier überfordert ist? Nein, ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihre Versicherung sehen, bitte. Ablaufdatum 14.08.2022, das war schon. Äh, oh, das habe ich bei der anderen gar nicht gemacht. Ablaufdatum 17.12.21. Das war auch schon okay. Hier, bitte zurück. Und das gibt Ärger. So. So. Erst einmal. Ja. Ähm. Und dann. Äh, ne, ganz gut. Hab ich das schon bestraft? Ne, ne? Das. Ich belege Sie mit einem Bußgeld wegen qualmenden Auspuffs. Das kostet Sie zwischen 300 und 400 Dollar. Ja. Wirklich? Das ist viel Geld. Ja. Und... Warte. Wir waren noch nicht durch. Warte. Warte, 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 warte. Probieren wir es mal so. Also auf Ultra war zu heiß. Wie soll das denn im Sommer werden? Ja, ist schon ein bisschen besser. Ja, ja, so ist gut. So. Und jetzt steigst du mal aus? Kann ich dich eben zurückgrüßen hier? Nein. Kann ich nicht. Halt, halt. Da, da. Komm jetzt hin. Ja. Hättest du mal nicht so blöd geparkt. Kann ich dich hier irgendwie rausschubsen? Kannst du? Bitte. Entschuldigung. Kann sich nur um Stunden handeln. Was so ist. Ich helf dir. Ja. Das wollte ich nicht. Kann nicht mehr untersucht werden. Ich wollte dir doch nur helfen. Da, guck mal. Oh, okay. Was? So. Nö. Tut mir nicht leid. Das ist so ein Ausweiskontrollen. Führerschein und Versicherungskarte bitte. Ja. Und jetzt bist du nicht versichert. Das ist natürlich auch so. Okay. Hier ist Ihr Unfallbericht. Bitte reichen Sie Ihren Fall bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle ein. Das gesamte Prozedere wird von Brightons Polizei abgewickelt. Im Ernst? Das ist nur ein Lehrerbericht. Da ist auch nichts passiert. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Kannst du einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. Wo gehst du denn jetzt hier? Was machst du denn hier? Ja, ist tut mir leid. Bitte entschuldigen Sie den Unfall. Unsere Polizei und deren Versicherung werden sich um alles kümmern. Das ist unfassbar. Warum fahren Sie nicht vorsichtiger? Tja. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch. Hm. Entschuldigung. Hi. Ich entschuldige mich für den Unfall. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die Versicherung wird alle Schäden übernehmen. Das ist ja nichts passiert. Ist nicht weiter so schlimm. Ausweis und Versicherungskarte bitte. Bitte sehr auf, Isau. Ja, der sieht doch nett aus. Hier ist Ihr Unfallbericht. Bitte wenden Sie sich an das nicht gelegene Polizeirevier, um Ihren Fall erfassen zu lassen. Die Polizei von Brighton kümmert sich um alles Weitere. Okay. Danke, Officer. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Okay. Geht jetzt wieder weiter. Wieso qualmt der da immer noch? Doch. Egal. Er geht jetzt weg. Ach, war schon ein sehr erfolgreicher Tag für mich. Zwei Unfälle geklärt. Einfach hab ich schon wieder vergessen. La la la. Na, Geschwindigkeit? Äh, fährt so ran. Na, am Arsch. Nix los hier, wenn Officer Flausch aufpasst. Das Fahrzeug hat keinen Winkler gesetzt. Oha. Oha. Äh, äh, rückwärts einparken. Uh. Kann nicht die Busse an der Stelle blockieren. Guten Tag. Was drück ich denn dann da an? Ach so, war da. Nein. Doch. Du hast... ...keinen Blinker gesetzt. Die sieht nervös aus. Können Sie das beweisen? Ich habe bestimmt geblinkt. Ich hab das gesehen. Führerschein und Fahrzeugschein bitte. Die Hintergrundprüfung zu dieser Person zeigt nicht übereinstimmende Daten, da sie einen gestohlenen Personalausweis verwendet. Du musst diese Person umgehend wegen Mitführens eines gestohlenen Personalausweises in Handschellen legen und verhaften. Ah, okay. Also, gestohlener Personalausweis verhaften. Wie, wieso denn? Woran sehe ich das denn? Die sieht doch so aus. Ist nur auf dem Bild ein bisschen heller. Aber, Moment. Und das andere? Scharif Sandoval? Scharif Sandoval? Aber, äh, bin ich doof? Ist noch gemütig? Street Brighton? Geschlicht? Männlich? Naja, gut. Heutzutage kann das halt sein, ne? Geburtstattung, 3.9.89. 3.9.89. Oh, er weiß. Was sieht das denn jetzt? Fahrzeugtyp Pickup. So sagt er. Kennzeichen. Ovi 056. Steigen Sie aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteigen. Wie geht's auch besser. Hey. Das ist ein anderes Kennzeichen. Okay. Kann ich das Fahrzeug durchsuchen? Nee. Die Durchsuchung als Fahrzeug erfordert einen hinreichenden Verdacht. Okay. Nee, dann nicht. So. War das? Ein ungenutztes Behandeln und ein Beweis, dass ein F-G-Maten-Roller. Ich soll dich umgehend festnehmen. Fliegen. Was war es jetzt? Gefälscht oder gestohlen? Sie führen einen gefälschten Personalausweis mit. Auf keinen Fall. Grund für den Vorwurf. Sie sind festgenommen, da Sie einen gestohlenen Personalausweis mitführen. Bitte, tun Sie das nicht. Na doch. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einer an ihren Standort. Meine Lüfter sind wieder warm. Es tut mir leid. Wir müssen das leider auf mittelspielen. Ach, du heilige Kacke. Nee, das geht so nicht. Verändert die intern genutzte Auflösung. Ohne sich auf die Bildschirm. Hierdurch wird die Rechenleistung auf Kosten eines Unstellungsverbessert. Ach, du heilige. Hallo? Ich bin hier, um die tatverdächtige Person in Gewahrsam zu nehmen. Ja, mach mal. Ich muss doch hier ein Verbrechen in der Trafikanstellung lösen. Wenn es sein muss. Ich weiß nicht, ob ich damit leben kann. Kann ich hier einfach einsteigen? Kann ich euer Wagen klauen? Nein. Okay. Hm. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Es sind hier gerade 22 Grad in dieser Zimmerchen. Um Gottes Willen. Das sieht so scheiße aus, ne? Schön. Ich weiß nicht, es ist so, als hätte ich die Brille abgesetzt. Oh, guck, guck. Meine Schicht ist, ich weiß noch nicht, ob ich damit leben kann, so. Wird die Ampel auch nochmal grün? Heute noch? Wir haben grün. Wir haben noch grün. Wer? Was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch? Oh, ich, äh. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. So. Ja, lauf, 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 lauf. Ich merke, oh, oh, das ist mir nicht... Ach, was ist denn hier los? Ach, du Heiliger. Okay, das kann ich nicht... Das kann ich wohl nicht ignorieren. Brauchst du Hilfe? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nach dem Krach nur aus Neugierde geguckt. Ja. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich habe erst nach dem Krach geguckt. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Wie, du bist da am Boden. Kragenmann kommt ja schon. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich habe erst nach dem Krach geguckt. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Oh, jetzt ist hier voll die Hölle los, jetzt, wo ich Feierabend habe. Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer, bitteschön. Camaro, 25. Ich muss sicherstellen, dass die verletzte Person... Ja, tut ihr doch, oder? So, wechseln mit A. Warte, wo ist denn jetzt hier unser... Wir haben 23 hier, glaube ich, im Spiel, ne? 4.10.196. Hier, Dürer, muss ich hier... Ja, ha! Dann warte mal. Wie muss ich das denn sicherstellen? Könnten Sie mal bitte weiterfahren? Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Stehe ich etwa am Weg? Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Hallo? Jetzt kann ich selber nicht ausstellen. Ja, was ist denn hier mit euch? Hallo? Was steht da denn da drin? Ja, gab dir nix zu tun, oder wie? Braucht mal ein Passanten, bitte. Ich kann euch doch anweisen, den Verkehr zu regeln, oder? Sehnswürdigkeit, die interessiert mich doch jetzt nicht. Kehrst du mal so ein Geben? Achso, nee. Irgendwo? Echt? Wo ist der Abschleppdienst? Wo ist die Alte hin? Wo ist die Alte hin? Dass die verletzte Person die erforderliche Hilfe erhält. Ja, habe ich doch. Wo ist denn der Abschleppwagen? Da. Der kommt nicht durch. Warum kommt ihr hier nicht durch? Weil der Wagen hier im Weg steht, ja. Aber hier, kannst du doch hier dran vorbeifahren. Äh. Ich hab jetzt gerade ne Pistole gezogen. Ach, Polizei Hansa, oder? Hat n Bewegung, Hansa, oder? Ja. 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 Ja, also ich kann mal versuchen, mich umzuparken, ob ich vielleicht das Problem wieder bin. So, ich mache hier jetzt mal ein bisschen Platz, ne? Alle weg hier! Ja. Okay. Gut. Dann nicht! Achtung, Notfall, ich habe Feierabend. Streng genommen, stehe ich drin. Was ist denn hier los? Das ist die Partyzentrale, oder was? Schichtbericht. Ja, ich bin da eventuell ein bisschen irgendwo reingefahren. Verhaltenspunkt minus 20, das geht doch noch. Strafe für... Solo-Bonus statt Teil-EP. Das ist doch jetzt gar nicht so schlecht, oder? Ja. Ja, ist ja gut. Neuschichten. Tagschicht. Ne, in North Point waren wir ja schon. Ich möchte nochmal in Chester mein Glück versuchen. Nochmal, ich habe jetzt leider den Überblick verloren mit dem ganzen Hin und Her geklickt, mit dieser tollen Grafik. Ich mache nochmal 20 Minuten. Abend, da war noch ein Dings. Okay. Schicht beginnen. Noch ein Schlückchen Kaffee. Ja, ich habe vorhin auch alles gemacht, außer, äh, wirklich irgendwo mit der Radarpistole zu stehen. Ne, irgendwie so mal verkehrt. Officer, wir haben in letzter Zeit Beschwerden über Raser erhalten. Könnten Sie sich die zur Brust nehmen? Ich kann das übernehmen. Na, sicher. Okay. Muss ich doch mal im Auto sitzen, geht das nicht auch so? Das wäre besser, wenn ich in einem Wagen bin, oder? Wer? Du! Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen Umweltverschmutzung aus. Das macht 25 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Arbeit. Oh, jetzt ist er traurig. Ist unser Auto... Ja, ist... Wer hat keinen Deckerbesuch? So, ich reine mich jetzt mal auf hier ein. Wo sind denn hier überhaupt die Raser? Ich glaube, die erzählt mir Scheiße beim Film. Oh, da hinten ist echt aber ein Problem. Oh! Gott sei Dank, bist du wahnsinnig! Hä? Ich verstehe, du wärst stehen geblieben. Nein! Habe ich jetzt schon wieder einen Unfall verursacht? Ach, Mensch, ey! Und ihr fahrt jetzt nicht weiter hier, oder was? Ach, Mensch, ey! Und ihr fahrt jetzt nicht weiter hier, oder was? Ja, weiter, weiter! Nicht auf der Höhe stehen bleiben. Ja, weiter, weiter. Ich stehe hier voll in dem Dunst. Nein, oh. Ich gebe dir gleich auch eine Verwarnung. Mensch, 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 jetzt fährt die Hörte, jetzt fährt er da rein. So. Und ihr macht euch jetzt hier weg. Der auch. Okay. Weißt du was? Ihr wollt mich doch verscheitern. Wie entzieht man sich der Fahrzeugkontrolle? Ja, man fährt ineinander. Holst du der Computer? Nein, nicht du Computer. Kann ich hier jetzt nicht irgendwo... Ich würde gerne Verstärkung holen. Ach, wisst ihr was? Dann qualmt doch. Uh. Hm. Es gibt nichts zu sehen. Es ist nichts passiert. Da ist schon wieder einer. Ich warte jetzt, bis grün ist. Was machst du da? Was machst du da? Du siehst verdächtig aus. Wird's mir was klauen? Oh, da ist ja... Weg. 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 Ich muss hier durch. Haken. 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 Ihr habt nichts gesehen. Keine Lust jetzt mehr. Ich muss jetzt hier mal Geschwindigkeits-Polizei spielen. Aber es fällt dir hier keiner zu schnell. Wieso blinke ich? Habe ich einen Blinker? Kann ich blinken? Ja. Aber dann wird das auch. Haken. Kuh und E. Ich kann tatsächlich blinken. Upsi. Kannst du mal... Die ist doch nicht mal ne vernünftige Ampel. Nicht. Die fahren ja alle nicht. Schnell. Schnell. Und ich konnte einen ordnungsgemäßen Stellplatz finden. Also, kann ich jetzt mit dir sprechen? Ach, unfassbar. Was ist denn hier heute los? Junge Frau, fahren Sie dann bitte mal. Hä? Warum steigt sie damit nicht? Ich möchte... Ah! Dusche wieder. Ich entschuldige mich für den Unfall. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die Versicherung wird alle Schäden übernehmen. Inakzeptabel. Geben Sie mir einfach den Unfallbericht. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und, wenn möglich, einen Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. Bin ja nur reingefahren, weil du kreimst. Hier ist Ihr Unfallbericht. Bitte wenden Sie sich an das nicht gelegene Polizeirevier, um Ihren Fall erfassen zu lassen. Die Polizei von Brighton kümmert sich um alles Weitere. Das nennen Sie ein Bericht? Ja. Ich... Ich will nicht noch... Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch. Und fahren Sie vorsichtig. Ich war so motiviert. Der hat auch einen qualmenden Ausruf. Das Auto hat Unterbodenbeleuchtung. Du kannst die Winkerkerne benutzen, wenn du sie dabei hast. Während Fahrzeugstreifen kannst du alternativ hinter das Auto fahren und es mittels Signalton zum Anhalten bringen. Wer hat... Oh, der da. Ja, wenn sie da mal wegfährt... Sie fährt nicht weg. Was denn jetzt? Frage die Leute und Fahrer, um den Unfall zu ermitteln und aufzulösen. Vergiss nicht, alles kundig zu untersuchen und Berichte auszuhändigen. Was für'n Unfall. Nein, nein, nein. Hu, ha, hu. Hu. Ja. Aber du parkst ja nicht, ne? Du hast deine Scheibe nämlich nicht unten. Weil die Alte da vorne wieder nicht fährt. Okay. Sie ist nicht mehr existent. Bist du jetzt? Nee. Bist du? Ach, hallo. Okay. Okay. Hm. Hm. Nur fäll'n das an. Hä? Was? Was? Bin ich jetzt... Ich hab de Mikrosekunde nicht hingesehen. Das ist heute nicht mein Run. Der ist doch... Na. Sie steht dafür immer noch da. Steh ich nicht. Und was ist hier? Was ist hier passiert? Was für'n Unfall. Räumen Sie den Unfall. Hi. Hi. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und die Fahrzeugversicherung. Ja. Bitte sehr, Officer. Ja. Ablaufdatum 22... 23... Oh, das ist aber bald. Bald ist vorbei. 23.11. Okay. Ist noch Zeit. Pamela Min. Hm. Oh. Aber die Versicherung ist abgelaufen. Bin. Geburtsdatum. Stimmt. Zittert die ganze Zeit. Ja, die steht auch schon die ganze Zeit hier oben. Äh. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. 0,017. Ist das jetzt erlaubt oder nicht? Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Ich habe schon wieder nicht verstanden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich glaube, das ist ein Minus. Das ist... Okay. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Ich weiß nicht, was ich für einen Unfall hatte, aber ich mache einfach mal alles mit dir. Oh! Oh! Aber bis 28 Gramm... ... darf. Achso, trägt mehr. Oh! Verhaftet die Person. Uiuiuiuiuiuiui. Und ein Busticket. Ja, wärst du mal da mitgefahren. Ich muss dich leider wegen Betäubungsmittel... Ich muss sie wegen Mitführens zu großer Mengen Cannabis festnehmen. Nein! Bitte nicht, Officer! Ihr wärst schon mal da weitergefahren. Ich hätte das ja gar nicht mitgekriegt, du. Ich kann dich nicht... Achso, weil ich noch ein zu kleiner Fisch bin. Hier ist Ihr Unfallbericht. Aber du kriegst einen Unfallbericht. Im Ernst? Das ist nur ein leerer Bericht. Wieso denn ein leerer Bericht? Was habe ich denn... Das macht das nicht richtig. Der Grund... Achso. Warte mal was. Handel. Okay. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einer an ihren Standort. Hiya! Hi! Hi! Was hat das gesagt? So, der steht hier... Uuu, ich kann das einfach durchsuchen. Okay. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Natürlich. Er wird in Kürze bei Ihnen sein. Ja, viel Erfolg da durchzukommen. Das ist immer noch nicht fertig, ne? Gucken wir mal. Gut. Sie kommt schon mal weg. Sein muss. Gut, genau. Wenn du an deinen Umfahrort eintrust, brauchst du die Kamera in eine Weise zu sichern. Du, 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 du. Achso. Ja, gut. Ich hätte aber beide Fotos machen können. Achso. 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 Ich hab alle fotografiert jetzt. Ja, können wir jetzt endlich mal weg hier? Hm? Da war doch gerade noch was. Na, können wir jetzt? Mensch, 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 wie viel Fotos kann man denn hier mal machen? Komm, ist jetzt noch mal gut, ne? Wo ist denn der Abschleppwagen? Abschleppwagen bitte abziehen. Er wird nicht mehr benötigt. Ja, doch, doch. Hier ist ein Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an Ihren Standort. Was? Was ist denn heute los? Warum kommen die denn hier nicht lang? Äh, Entschuldigung. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis bitte. Du stehst hier. Bist du ein Gaffer? Natürlich, Officer. Bitteschön. Der Ausweis ist abgelaufen. Entschuldigung, wer sind Sie denn? Dieses Mal belasse ich es bei einer einfachen mündlichen Verwarnung. Vielen Dank, Officer. Gut, Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Wo ist der Abschleppwagen? Hey, wisst ihr was? Ich freizeit. Neue Sehenswürdigkeit. Wir kommen hier wieder raus. La 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 la. Ich darf das. Wir wollen doch noch keinen Raser. Ja, äh, stimmt. Na, ich tue das Verkehrte. Sag mal bitte aus. Hallo. Sag mal kurz aus. Sag mal kurz, bitte. Äh, die bitte ausrüsten, weil das ging doch vorhin. Das kann nicht. Das kann doch alles gehen. Ich sehe diese Dinge einfach nicht, ne? Ich habe immer gelernt, alles, was kleiner ist als ein Schäferhund, überfahren. Im Notfall nicht generell. Boah, mir wird irgendwas vorgebracht. Ich finde einfach keine Raser, die halten auch alle viel zu lange an Ampeln. Da. Oh. Ja, dann, pack mal bitte. Ja, dann, pack mal bitte. Ah, ich möchte bitte noch diesen Menschen hier befragen. Hab doch angehalten. Hallo. Hallo. Der sieht auch verdächtig aus. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Scheinwerker. Oh, ich fand dich da mal. Achtung. Uhhh. Officer, Sie haben einen Unfall verursacht. Bitte kehren Sie zum Revier zurück. Wir werden eine Einwahl schicken, die sich um die Situation kümmert. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich will noch ein Erfolgserlebnis. Lass mal fahren, bitte. Ah. Soll das denn funktionieren? Ja, vielleicht ein bisschen schneller, oder? Warten jetzt. Uhhh, Achtung. Uhhh. Uhhh. Oh Gott, das wird auch so heute nichts mehr geben. Was hat denn der jetzt gemacht, die rote Ampel? Uhhh. 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 Ich hoffe, ich muss den irgendwie eine Verfolgungsjagd machen. Das wird doch nichts. Oh. So kann ich dich jetzt bitte ansprechen? Warte mal. Warte mal. Ja. Ja. So. Du bist eine rote Ampel gefahren. Sie werden angehalten wegen Fahrens bei Rot. Das Auto nach mir ist auch noch gefahren, also muss bei mir noch grün gewesen sein. Ja, vielleicht ist er einfach auch über Rot gefahren und ich war nicht schnell genug. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. 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 Oh, warte mal, warte mal, du, du stehst hier, ja, besondere Haltezone, Position und Ausrichtung, ablaufendes Kennzeichen, besondere Haltezone, gerade im Supertag, super, super, nein, 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 hier ist bestimmt, was ist denn hier? Das ist eine, ja, ich weiß jetzt nicht, ob Rettungszufahrt für die Zwei, deine Schicht ist, nennst du, ja, ist ja gut, ich, du, du musst hier noch retten, ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss, können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ja, komm ich denn hier rein, war ich hier schon mal? Also langsam haben sich meine Augen an die komische Grafik gewöhnt und der WC meldet sich gerade auch nicht mehr, was ist das für eine Riesenwache? Kann ich denn bitte meine Schicht beenden hier? Oh, hallo, Zwillingsschwester? Hi Wo muss ich denn hier hin? Ich würde gerne Feierabend machen, aber ich weiß nicht, wo? Was ist denn? Ich bin da draußen Hallo Ist da Ratenkammer, oder was ist das? Ne, hier ist glaube ich auch nicht richtig Sage mal, wo ist denn hier mein Arbeitsplatz? Das kann doch nicht so schwer sein Entschuldigung Ich bin neu Stand da irgendwo jetzt interagieren? Ne, ne? Ne Ich muss doch nur an einem schönen PC Entschuldigung, kannst du mir helfen? Was ist das denn? Ich würde gerne einen Mordfall auflösen Das ist heute nicht wahr Wie soll ich denn hier Feierabend machen? So, wo sind die nächsten Wachen? Ist mir egal Achtung, ich habe Feierabend und ich weiß nicht, wie ich das tue Ja, habt ihr Glück? Ich habe nämlich Feierabend Ich komme nie mehr weg, okay Hä? Achso, stand da was? Oh, 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 oh Was ist denn hier? Aktuelles Fahrzeug Polizei blau Store besuchen Das Kind wechseln Das hier hat nix Okay Ne, das machen wir jetzt ein anderes Mal Ich möchte das mit Feierabend machen Na Ja, super Anlassen Ja, jetzt bleib mal locker hier Ah Wie schnell? Ich habe das auch hier Okay So, dann haben wir keine Zeit zu packen Oh, hier sind noch viele Radfeierabend So So Okay, war da Halleluja So, wie war denn unser Tag? Nur minus 10 Verhaltenspunkte Strafe für minus 9 Oh, oh Was ist denn diese Warden Police Vehicle erworben? Dieser Streifwagen erleuchtet Brightons Nächte Dein Warden Police Vehicle wird mit dem ersten Streifenwagen freigeschaltet Uuuh Oh Ich habe ein Öben Öben Terrain Ein UTV So Freigeschaltet Sehr schön Und ein GPV Und ein SPV Okay Du hast Du hast Unfälle von Streifenwagen freigeschaltet Verwalte deine eigenen Verkehrsunfälle, die mit deinem Streifenwagen verursacht wurden und räume den Unfallort Mein Gott, noch mehr MPV Neue Nachbarschaft freigeschaltet Historic Downtown Du hast den Streifenwagen für diesen Stadtteil freigeschaltet Wähle eine Streifenwagenschicht, um ihn zu fahren Ja, ich würde jetzt gerne einmal hier gucken Was ist denn hier verkehrt gelaufen? Ja, also Also ich habe das jetzt nicht richtig angedrückt, ne Aber der stand vor den Parkplätzen der Polizei Das war einfach frech So Was ist das? Nochmal parken Unrechte Aufforderung des Abschleppdienst Antwort Achso Doch Doch Das sehe ich gerechtfertigt an Das ist mir egal Gut, die hätte ich mir dann sparen können hier Ne Aber gut So Ich denke, unsere Zeit für die heutige Folge ist voll Ich hoffe nach meinem Rumschnippeln auch Damit ihr nicht ganz so viel da drin habt Wie ich mit der Grafik kämpfe Also ein bisschen werde ich versuchen, daraus zu machen Dann Danke ich euch fürs Zuschauen Und wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffe ich Tschüss Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020